Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Wobei, herzlich willkommen zurück auf der Ponderosa. Jo. Ja, es gab ein Update. Und, äh, also so, wie ich gesagt habe, äh, es sind neue... Ach Gott, ey, jetzt muss ich mich einfach mit einer Steuerung gehören. Moment. Äh, ja. Wo war denn das? Haha, Leute, Leute, Leute. Ja. Es sind also neue Häuser hinzugekommen. Neue Werkstätten. Also, wir können jetzt hier Marmelade machen. Und, äh, wir können hier... Der Wunderdruck, den gab es schon, ne? Ja. Aber hier können wir jetzt Marmelade machen. Wir können hier die Russikale Blockhütte... Was ist das? Man kann Käse machen. Ich glaube, das wird wohl Käse machen sein hier. Und, äh, das ist auch eine Maschine. Ich weiß nicht, wofür die war. Werden wir noch sehen. Kein Problem. Es gibt jetzt ein Brunnen. Neue Brunnen. Äh, Schnellreispunkt. Die sehen jetzt etwas anders aus. Ein bisschen wie so Bushaltestellen mit so einem kleinen Sitz dran. Jo, hat er dich schon mal, ne? So, wann haben wir dazu gekommen? Brunnen sind dazu gekommen. So, dann haben wir noch... Die Troge... Die Troge... Die Trox... Die Troxe sind dazu gekommen. Die haben wir neu. Wir haben neue Sorte. Und zwar gibt's Kohl. Ja. Mit Varianten. Sind auch dazu gekommen. Wie gesagt, die mir noch nicht so weit, ne? Das ist hier vor allen Dingen schade. Weil, äh, weil ich... Ja, wie gesagt, Marmelade gibt's. Aber wann er hat noch Honig? Genau, Marmelade gibt's. Käse gibt's. Und Honig gibt's. Dann wird wohl irgendwas davon... So, wird wohl dann, äh, die Honigstation sein, wo man Honig mag. So, ja. Dann, äh, sind Enden dazu gekommen. Die haben wir auch noch gar nicht, oder? Haben wir schon Enden? Ne, wir haben keine Enden. Enden bringen Federn und die sind dazu gekommen. Jo, sonst noch irgendwas? Straßen sind dazu gekommen, nur eher. Die hab ich aber noch nicht freigeschaltet. Städtstraße und so Pflasterwege. Naja. Bäume sind, glaube ich, keine dazu gekommen. Nö. Nö, nö. Aber die Marmelade, wie gesagt, die ist ja wichtig. Die kostet 10 von den Schleifen. Genau. Wechselt Ressourcen in neue... Wechselt Ressourcen in neue Ressourcen. Und mehrere Ressourcen nötigen. Äh, wechselt können in eine Wartestange eingereiht werden. So, kaufen kostet 10. Dann machen wir natürlich... Hm, wo stellen wir die denn hin? Die Marmelade. Wollen wir die direkt nimmert ausstellen? Wenn's geht. Wenn's geht. Geht nicht. Die ist ziemlich groß. Die ist so ziemlich groß. Die ist auch so ziemlich groß. Ach, hier ist auch eine Schräge. Wo machen wir die denn hin? Wo machen wir die denn hin? Guck mal hier, hier haben wir noch Platz. Hier, guck mal hier. Hier, guck mal. Da können wir auch gleich eine Straße hier reinbauen. Warum nicht? Können wir noch gehen. Ach, guck mal. Hier ist schon wieder Schräge. Hier ist schon wieder Schräge. Ne, dann war das doch so schon ganz gut. So. Na, nun, komm schon. Genau. Hau da rauf. Jawohl. Äpfel. Sehr schön. Und was machen wir hier? Was müssen wir hier machen? Hier müssen diese... Was müssen wir da rein? So komische... Rotbeete-Dinger? Oder was ist das? Was da oben ist? Äpfel? Äpfel? Das sind Äpfel. Und jetzt? Na, komm schon. Nicht genügend Ressourcen. Das wären 20 Äpfel benötigt. Ja, dann dieser Äpfel ist eigentlich gar kein Problem. Da hinten sind unsere Bäume. Moment. Äpfel ist ja eigentlich... Wir sollen keine Äpfel. Also bitte. Da sind doch 88. Ach nee, das sind Tomaten. Das sind Tomaten. Ah ja, dann sind die Äpfel jetzt richtig wichtig geworden. Das ist ja super. Ich komm gleich zu euch. Ich mach gleich hier weiter. Moment, Freunde. Ich muss eben die Äpfel holen. Äpfel kommen doch wieder auf. Na, komm, aber jede Jahrezeit wechseln. Hopp. Gib mir mal die Äpfel. Gib mich mal die Äpfel. So, ach ja. So, wie viele haben wir jetzt? 442. Na ja. Ja, da können wir ja doch als Ressource hier Äpfel doch ein bisschen länger machen, anscheinend. So wie das aussieht. Das wird nicht schaden. Wo ist er denn da? Das wird ja nicht schaden. Da könnte man hier... Man könnte das Ding in die Äpfel-Abteilung stellen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So. Da ja. So, und... Nicht genügend Ressourcen. Wo sehe ich denn, was er jetzt gerade macht? Auffüllen. Ich kann die auch mit Bieren füllen. Aber Bieren habe ich auch nicht mehr, ne? Da sind die Äpfel. Bieren ist ganz leer. Also Äpfel und Bieren gehen da rein. Okay. Wir machen erstmal hier eine Straße hin. Erstmal machen wir hier eine Straße hin. Genau das ist der Sinn. So, da bist du noch. Na ja, komm schon. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Was wir hier bauen, aber egal. Egal. Guck mal. So. So, machen wir mal durch die Straße, ja? Würde ich sagen, ne? Da kann man ja immer noch nicht genügend Platz. Wie jetzt? Äh. Kann ich die, weil die genau die Ecke ist, geht das nicht? Na ja, gut, mein Gott. Dann ist eben so. So, ich würde ja gerne sehen, was da vor sich geht. Aber, geht nicht. Geht nicht. Und hier müsste doch dann, wenn was fertig ist, hier das erscheinen, oder? Müsste doch eigentlich da erscheinen. Guck mal, da steht 26 Minuten. So lange dauert er, bis er fertig ist? Na gut dann. Ja dann. Dann machen wir mal was anderes in der Zeit. So, mein Gott. So. So. Ab Plombieren müssen wir dann sammeln. So. Da brauchen wir den Kiefern, brauchen wir auch noch? Lass uns mal rüberfahren. Wir gehen noch mal bei die Bäume. Wir gehen noch mal bei die Bäume. So. Jawohl, wir... Erstmal hier abzulegen, abmähen. Abgeranden, ihr wisst schon, was ich meine. Alles abgeranden hier. Jawohl, Pflaumen. Lecker Pflaumen. Kann man ja keine Marmelade machen aus Pflaumen. Das wäre so schön. Das fände ich so schön. Sag mal. Oh, was machst du hier? So. So. Machen wir hier weiter. So, jetzt aber. Damit wir mal 40 Marmelade. Ey, das gibt so tolle Sachen. Wieso geht mir nur Apfel und Bier? Das können doch nicht euer Ernst sein. Darum sind übrigens auch Äpfel. Ist zwar eine andere Sort. Aber. Sind auch Äpfel. So, sag nicht. Hier. Äpfel sind Äpfel. Äpfel sind Äpfel. Äpfel sind Äpfel. Da waren wir schon. Hier, Birnen. Sowieso. Birnen müssen wir sowieso... Machen wir hier ein bisschen... Ja, genau. Ja, und sie ist besser. So, sehr schön. So, und hier waren wir schon. Da drüben können wir gerade nicht hier. Ich glaube, hier ist nix, oder? Hier ist nix. Was ist mit unseren Kiefern? Oh, gar nix. Toll. Na gut. Dann nicht. Dann lass uns mal hier bleiben. Warum bin ich? So, die Korkwiltschweine. Was machen wir denn hier? Lass uns hier mal gleich machen hier. Wenn wir schon mal hier sind. So, was machen wir denn? Wir haben hier von gar nix. An Quest. Sehe ich das richtig? Ich sehe das wohl richtig. Komm hier, machen wir die. Jawohl. Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Auf jeden Fall. So. Mhm. Nein, nein, nein. Ja, so. Nicht hier noch ein Übersehen. So geht das nicht. So geht das nicht. So. Gerade gesehen, ich hab meine Uhr nicht gestellt. Natürlich nicht. Warum auch? Einmal mit Profi. Einmal mit Profi. Ja, sind so auch ein paar Backticks gelaufen. Und wie gesagt, leider bin ich noch nicht so weit. Sonst hätten wir jetzt auch noch ordentlich und so machen können. Ne, aber ich hab gedacht, ich mach weiter, wenn jetzt so weit ist. Was musste ich denn, dass sie so levelmäßig so weit nach hinten gehen? Komm, hier mach auch Erdbeeren. Erdbeeren sind geil. Und die Erdbeeren bringe ich viel Geld. Hoffe ich. Hoffe ich mal. So, hier Lina. Guck mal hier. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Muuu. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Aber es wäre der Lina Salat. Ja. Das Auge ist hier mit. Da lösen wir ja. So. Meine lieben Kühe. Ach, guck mal hier sind die Stationen. Die haben sie direkt automatisch geändert. Ach, wie schön. So, hier. Guck mal hier Milch. Ich geb mich mal die Milch. Die Milch macht's. Wer geht da noch? Die Milch macht's. Hier einmal Futter. Danke. Danke. So, danke. Hünas. Ups, da hat einer die Kuh angeschoben. Sehr schön. Einmal das. Einmal hier die Hünas. Lass uns mal Eier holen. Ja. So muss das sein. Und dann mal hier noch. Ach, hier haben wir zwei Sorten Hühner gehabt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, hier sind noch zwei im Setzen. Äh, ja. Danke. So. Machen wir einmal hier. Voll den Sprit. So, wenn wir noch zu den Schweinen. Zu den Schweinen. Lass mal zu den Schweinen. Oh, Wolle. Machen wir auch. So, wenn wir mal hier sind. Machen wir auch die Wolle. Jawohl. Hallo. Mäh, genau. So, hier Schweine. Genau. So, die sind fertig. So, hier sind wir auch. So, hier sind wir auch. Ah, die sind fertig. Guck mal. Gelbe Klonfische. Die müssen wir auch noch sammeln. Machen wir auch. Machen wir alles. Die man glaube ich hier, ne? Ein bisschen wenig Licht hier auf einmal. Machen wir nicht mal mehr Licht. So, das machen die nicht. Das sind sie. Jawohl. So, Rosen brauchen wir jetzt. Rosentulken, Melken. Alle Blumen, Melken. So, dann lass ich es hier nochmal irgendwas machen. Irgendwas. Irgendwo. Mal ein bisschen Getreide. So, das ist nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Da müssen wir unsere ganze Blumenablauf fahren. Was haben wir denn hier noch? Äh, was machen wir hier? Erdbeeren hatten wir schon. Guck mal hier. Ein Tag. Die machen wir. Die sind schön teuer. Aber wir kriegen ja auch schön. Von den Dingern hier. Packt schon. Nur so kann es was werden. Nur so kann es was werden. Genau so. Äh, ja. So. Verrückt werden. Das sind die Kieferen. Ja, die haben wir noch nicht. Das ist der Lachs. Sie haben auch noch nicht 60 Stück. Ah, ja. Kugelfisch. Und ein Scheunenbett. Ach, wir müssen noch malen. Guck mal. Und die Kugelfische und Firmen essen. Wieso essen die Rosen? Oh, ich muss doch nicht wissen. Ich muss doch nicht wissen. Hey, wir müssen noch malen. Kannst du mal reingehen malen. Außerdem wollten wir noch unsere Eier wahrscheinlich wieder kochen. Okay. Ich geh mal wieder ran hier. Das ist ja furchtbar. Ich seh ja nix. Ja. Kannst du mal reingehen? Na, wie jetzt? Wieso geht die Tür nicht auf? Also, bitte. So. Ein Scheunenbild. Mal mal ein Scheunenbild. Jawohl. Noch nicht fertig, ne? Nee. Noch nicht. So, hier Eiers. Machen wir gleich neue. Eiers, Eiers. Da gibt es wieder zwei rosa Dinger. Wenn wir genug davon haben. Haben wir auch noch ein Lied gerade in der Produktion? Ein super Lied? Natürlich. Ah, der kleine Stern, der funkelt ja so gern. Genau. Gibt es hier was Neues? Lass uns doch hier mal eben gucken. Aber das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Dass es hier was Neues geht. Hier die Schränke. Die habe ich zwar noch nicht gesehen, aber... Wenn da was Neues wäre, wäre ja so ein Dings. Dann hier ist was Neues. Da. Oh. Ein Karrierer auf diesen Fußboden. Na, der macht einen ja wohl nur leicht bekloppt. Weil hier sieht man die Vorschau. Äh. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Der ist schlimm. Und den haben wir auch zufällig. So ein Zufall. Na, jetzt kann ich wieder auf. So. Was wollten wir machen? Das Schäuenbilder. Ach ja, das haben wir gemacht. Wir lassen es mal hier. Lassen wir es mal hier. Genau. Ernten und so und überhaupt. So ist richtig. Mal ein bisschen von den Blumen. Na, da müssen wir irgendwann auch wieder auf den Markt. Wichtig. Auf den Markt. Wie man so schön sagt. Und? Natürlich steigt es immer noch auf. Der hat ja alle andere hätten gehoben. Und so hat man hier. Nichts, was wir dringend brauchen. Aber. So, komm, wir fahren mal eben die Blumen ab. So, dann machen wir mal eben hier noch ein bisschen Kohle. Das macht doch mal Sinn. Hier ist auch bestimmt die Rose dabei. Die wir brauchen. Ich trinke mal ein Stück Kaffee. Das macht auch Sinn. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange. Noch drei Tage. Dann zieht der Opa um. Und dann ist erst mal 14 Tage bestimmt Pause mit Internet. Also, nein, nicht, dass ihr euch da wundert. Nicht, dass ihr denkt, ich mache nichts mehr. Ich habe kein Internet mehr. Und das Schlimmste ist, da liegt kein Kabel, wo wir hinziehen. Da ist nur DSL, aber naja. Dann falle ich halt von der Tausenderleitung auf eine 250er zurück. Dann ist immer noch alles okay. Ich streame ja nicht mehr direkt. Ich mache ja nur noch Aufnahmen und mache Uploads. Und dann ist das ja alles okay. Also, als ich gestreamt habe, wie bei Twitch, da hätte ich mich beschwert. Na, weil die Uploadrate ist dann natürlich auch dementsprechend geringer. Aber, naja. Passt schon, passt schon. Produktionsgebäude. Kann es mal eben anhalten. Ich würde mir eben lesen. Na gut, dann fahre weiter. Produktionsgebäude nehmen grundlegende Ressourcen ein und wandeln sie in fortgeschrittene, wie Obst, Marmelade oder Milch und Käse um. Interagiere damit, um Ressourcen hinzufügen und den Umwandlungsprozess zu starten. Das Gebäude wird so lange funktionieren, bis sein Speicher leer ist. Produktion dauert einige Zeit. Wenn es fertig ist, kannst du mit dem Gebäude auf Interagieren die abgeschlossenen Ressourcen und etwas Geld nehmen. Jedes einzelne Gebäude wird mit Verwendungslevel und seinen Produktionsleistungen und Ressourcenkapazität verbessert. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, jetzt wisst auch ihr Bescheid. Und ich auch. So, ja. Also, die Ressourcen werden dann umgewandelt und die Maschine wird verbessert. Was für ein Act. Das hätte man nicht gewusst. Naja, was soll. Kugel, die müssen wir gleich auch mal gucken. Die sind bestimmt auffällig. Und hier sind die Rosen, oder? Nö, das sind Nelpen. Auch wenn die rot aussehen wie rote Rosen, sind das doch Nelpen. Und wir haben keinen Sprit mehr. Naja, dann. So, jetzt haben wir mal wieder. Jetzt haben wir wieder ganz wieder drauf, den Trecker. Naja, aber er hält ja schon ziemlich lange. Kann man nicht anders sagen. Unser Benzin haben wir doch schon ganz gut aufgewertet. gewertet hier. So muss das. Naja, wie gesagt, also Honig geht auch noch. Marmelade geht und das habe ich schon wieder vergessen. Der dritte, habe ich vorhin erwähnt. So. So, was war denn jetzt hier mit dem mit dem mit dem mit dem Lachs, ja. Kiefer, ja. Hose, 36. Wir haben doch Hose, oder nicht? Pink Nelke. Mohnblume. Rose, China, Rose. Nein, blau, Gännenblume. Rose, hier ist viel rot. Ich sag doch, wir haben Rose. Ah, seid ihr wieder aufgewacht? Guten Morgen, Willi. Oh, wir haben Sommer. Das bedeutet, äh, Bananen sind fertig. Und wir können wieder Obst tun. Also Äpfel und Bier. Dann würde ich mal Marmelade machen. Ja, das ist natürlich, ne? Was machst du denn, du? Du sollst nicht einfach entwerten. Gefährt nicht schneller, Uwe. Nur weil du das willst. Genau. So, fahren wir hier rüber. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Naja. Die nehmen wir doch noch mit hier. Genau. Wer weiß, ne, wann die mal wieder mit Ausfahren im Sommer. Da weiß man jetzt. Im Sommer weiß man jetzt. Aber wann genau noch, weiß man nicht. Doch, wir gehen jetzt mal hin unsere Bäume hier. Abfahren. Und abfahren. Hier sind Birnen, genau. Zack. Sammel mal die Birnen. Da kannst du nur gewinnen. Da kannst du mal melachen. Und hier haben wir noch Aprikosen. Genau. Daraus würde man auch toll Marmelade machen. Aber nein. Aber nein. Natürlich nicht. So, machen wir voll. So, wo sind die Äpfel? Die Kirschen laufen auch gerade nicht hier. Die China-Bäume meine ich. So, hier. Nehmen die Äpfel mit. Dann können wir die wieder in die Maschine hauen. Daher müssen wir jetzt mal gucken, dass wir keine Äpfel und Birnen mehr verkaufen essen. So schnell. Aber das schon, wie ich gesagt hatte, ne. Die Produktionsmaschinen. Und dann, damit kann man das dann machen. Kannst du mal so geradeaus fahren. Das wäre super. Da wäre ich total dein Fynn. Wenn du das machen würdest. Dann müssen wir noch so viel machen, ne. Ach ja. Kommt dann. Kommt alles. Wir haben auch gerade noch gar nichts. Ich wollte mal eben hier... Äh. Entschuldigung. Danke. Dankeschön. So, wir müssen auch irgendwo hier noch Kugelfische haben. Aber das sind, äh... Keine Kugelfische. Neue Stufe. Immer noch keine Kugelfische. Wo haben wir die denn? Wir haben zwölf Stücke. Also bitte. Irgendwo halt. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Da haben wir hier auch die Wege. Mensch, jeder Fisch schneller. Schau mal. Da 25 Gold. Die lasse ich einfach liegen. Hier sind die auch nicht. Hier waren die Kugelfische, oder? Genau, hier sind die Kugelfische. Die habe ich aber schon abgeerntet. So ist das nämlich. So, und nicht anders. So, hier können wir auch ernten. Boah, das ist ein großes Feld. Was machen wir denn? Was sehen wir denn mal aus? Was sehen wir denn mal aus? 14 Stunden, komm her. Machen wir mal hier. So. Ich glaube, das wird uns ruinieren, oder? Na, auf jeden Fall kosten ganz schön Geld. Das steht schon mal fest. So. Voll. Ja, voll, voll. Voll, voll, voll. Da müssen wir halt zum Markt. Aber was wohl? Wir haben 6.5.000 Diamantenhase. So wichtig ist das jetzt gerade nicht. Hauptsache wir kriegen ja Geld. Das ist die Hauptfrage. Voll, voll. Du laut, voll. Voll, cool. So, guck mal hier. Sehr schön. So ist richtig. So macht das Sinn. Na, jetzt die Dinger hier noch. Ah, die sind schon, die bringen schon viel Geld. Indemens. In Ernten. 4.000 werden die. Oho. Das macht uns froh. So, sehr schön. Weiß Aubergine. So, was machen wir hier? Machen wir mal wieder was anderes machen. So. Was haben wir denn hier? Linsen. Kürbisse. Ja, und. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Mal Karotten brauchen wir noch. Sind gerade Karotten? Was brauchen wir hier noch? Zucchini. Wo sind die Zucchini? Das sind Aubergine? Wo sind die Zucchini? Wie sehen die denn nochmal aus? Kartoffeln. Das sind auch Aubergine. Sieht man doch. Wo sind die Zucchini? Mensch, das ist Mais. Da ist Zucchini. Ist auch gerade nicht. Komm. Mach Fabriker. Mach oder irgendwas. Irgendwas. Hauptsache, der Mast hat. Man muss ja levelen. Wir müssen alle levelen. Irgendwie. Man muss die Weg hier nicht weiter gehen. Sonst haben wir die Sachen zwar auch kriegen, die aber nicht freigeschaltet. So. Wo ist unsere Maschine? Da. Da ist die Marmelade. Oh. Guck mal hier. Den können wir auch schon mal machen. Kichererbsen. Die könnten wir auch gleich wieder hinsetzen. Guck mal. Da macht das Sinn. Da sind zwei Linsen, die ich jetzt hier mache, aber egal. Mein Gott. Seid mal nicht so kritisch. Die sehen genauso aus irgendwie. Irgendwie schon. So. Zack. Hauch rein. Da kann man viel mehr noch reinhauen, ne? Da kann man noch viel mehr, halt mal. Vier Minuten. 23. Dann kriegen wir die erste Marmelade. Das ist ja schön. Da kommen wir gleich wieder. Moment. Erst machen wir noch irgendwas hier. Guck mal. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch. Ja. Guck mal hier. So. Was machen wir hier hin? Ah. Das ist egal. Ich muss ja. Ich muss ja auch solche Sachen noch machen. Dann auch wenn das nicht viel wert ist. Aber die müssen hier Level. Jo, wann kommt der Augenblick, wo der ist? Der ist nicht genug gelevelt. So. Augenblick, Leute. Ich bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ich habe keine Ahnung, wie die Aufnahme schon läuft. Jetzt war die Unterbrechung. Dann war die Uhr nicht gestartet. Aber war doch immer. Wir haben hier. Mehr haben wir jetzt gemacht. Gut. So. Dann gehen wir noch mal hier hin. Wir müssen uns hier noch mal gucken. Was der jetzt hat. Ja. Nicht so. So. Eine Minute 25. Okay. Wir können doch irgendwas machen. Guck mal hier. Ja. Wir gießen mit. Natürlich. Auch wenn ich immer noch das Gefühl habe. Das bringt gar nichts. Aber ist egal. Ich. Ja. Egal. So. Wichtig ist er nicht. So. Ja. Ja. Damit. Wichtig schöne Musik. Kann ich mal ein bisschen Musik haben, bitte. Ah ja. Ja. Dies geht doch. Tadam. 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 Es soll gleich um sein die Minute, oder? Wenn ich hier einmal rum bin. Dann solltet es doch so weit sein. Dann bin ich mal gespannt. Wie viel Mal Melade wir da gekriegt haben. Da bin ich mal gespannt. Ist das der auch mehr schon? Ne. So. So nicht. So. Da ist es. Und. Acht Sekunden. Wir sind so gespannt. Wir sind so wahnsinnig gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Sind wir gespannt. Fertig. da kommt die marmelade warum die marmelade und wie viel haben wir jetzt gekriegt na toll wo ist die marmelade da 23 jetzt weiß ich nicht genau wie viel wir vorher hatten wir hatten noch drei glaube ich hab 20 stück bringt hat wollte ich nicht bereit okay also man sieht nicht genau wie viel er jetzt drin ist oder so irgendwie nicht na ja es ist ja nicht so schlimm auf jeden Fall müssen wir innerhalb einer Stunde kriegen wir wieder 20 marmelade das ist schon mal gut zu wissen das ist gut zu wissen und danach geht weiter aber man kann die warteschlange nicht einsehen irgendwie da unten links ist zwar so ein Symbol da siehst du auch dass er 10 Bieren drin sind und wenn die fertig sind du hast sie nicht abgeholt da steht er wahrscheinlich auch rechts wie viel marmeladengeläser da sind die da stehen aber man kann ja in dem werkprozess jetzt nicht so rein man sieht nicht wie viel die vorgeladen hat wenn ich mich da nicht so richtig täuschen ach ja ich werde mich da noch mal schlau machen mein gut ich kann auch nicht alles wissen Leute ich muss mich da auch erst mal schlau machen mal gucken hier in die infobox aber die infobox hat ja auch nicht viel gegeben hier hat man ja heute hat man ja gesehen hier hat aber alles das ist lieber hier noch mal ein bisschen sehen aussehen ich kann das das ist ja aussehen tomaten mörchen sollten wir machen genau mörchen 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 so damit wir da ja hier wird schon mal drüber gefahren das war sehr clever auf jeden fall einfach nur geerntet sehr clever ja genau so hier wir haben fast eine million auf dem konto sehr schön und das ist das spinat ist das spinat ist wertvoll ist nicht nur gesund ist auch wertvoll guck mal über eine million haben ist der opa ist millionen schwer das ist doch toll wenn man gucken ob wir unser bild weitermalen können obwohl die kugel fische brauchen ja auch noch mein gott so machen wir hier noch hier machen wir jetzt wieder wenn man die machen können dann machen wir die die sind echt super teuer und super werden ja ja irgendwann haben wir dann alles so in reihen angelegt so wie andere auch wieder geplant hat und dann haben wir halt den letzten rest gehen hier den wir jetzt hier so bestellen der dann weg ist ja der eigentlich nicht wirklich weg ist weil die das nur natürlich zum zur freien verfügung da können die leute sich austoben dann jeder machen wir da will ja wo soll es sein ja hier schweinchen und gut guter habe ich schon land ist nicht in der haa guter ist ausreichend vorhanden ja dann so sollen wir mal eben gucken ob wir noch ein bild machen könnte und wir sind die bäume fertig die bäume sind fertig weil die bäume fertig sind wir haben jahreszeiten wechsel ja wir müssen auf jeden fall noch äpfel und bieren ansammeln jetzt habe ich die dahinten hingestellt jetzt hätte ich eigentlich lieber hier oder die marmelade direkt da in der nähe ist halt egal da müssen wir alles noch mal umstrukturiert und das bleibt nicht so natürlich neue stufe ich mag dies diese kirschblüten bäume ich liebe sie sie sind so schön auch in wirklichkeit wenn man so auch die apfelbäume wenn die blühen wenn man so eine moselangen fährt und dann diese riesigen apfelplantagen wenn dann die ganzen apfelbäume blühen und die kirschblüten das ist so schön das sieht so toll aus ja ja so ist das so jetzt hier ein normal bitte jetzt geht's auch so ich kann auch weiter mal zack in 20 minuten sind fertig so neues lied war wir spielen das einfach mal sehr schön und die eier drehen einmal bitte danke 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 sehr sehr schön so ihr lieben dann würde ich sagen wir nehmen die 25 und in der nächsten folge fangen wir dann mal auf dem markt an ach ne wir wollten noch eben eben die äpfel noch eben die äpfel und die bierne so das machen wir auf jeden fall noch so viel zeit muss sein jawohl ja ach guck mal ja dann nehmen wir die auch mit wenn die jetzt hier auch gerade blühen dann nehmen wir die natürlich mit 1,2 millionen und die nehmen wir auch wieder das ist ja nicht natürlich wenn man nur nicht fertig kriegen dann glaube ich glaube da fehlen uns ein oder zwei oder so guck mal zwei stück dass ich nicht lache da ist aber schlecht geplant eigentlich hat sich halt so ergeben mein gott so bierne äpfel bierne ab mit urgen die warteschlange ganz schön dass sie bei jahreszeit gehen die äpfel hier sind noch nichts ja aber das ist ja genau das ist ja blau blau mal leider waren wir ja nicht geht ja nicht her flauen musik habe ich auch immer gerne gegessen blauen muss aber ja das sind doch äpfel oder das sind doch äpfel natürlich sind das äpfel so müssen wir mal gucken vorher nachher das würde mich mal interessieren ob der die alle in die wartestange reingehaut wenn schon denn schon wo sind wir da jetzt einfach über die felder sind jetzt im eurotank simulator im landwirtschaft simulator hättest sämtliche früchte kaputt gefahren so hier schauen wir mal nein noch der pick so wir haben 273 birnen und 106 äpfel 273 106 äpfel und das gebäude ist nicht bereit ist voll ist voll mehr geht nicht rein wie länger geht die warteschlange nicht ich hätte gerne alles wohl gemacht bis oben hin bis hinten hin ihr wisst schon mal naja ich hoffe es hat euch gefallen ich bin ja nicht so wieder dabei wir winken und macht's gut bis dann euer bei emmi